Oh mein Gott, es sieht wirklich nach Ghostface aus! Oh mein Gott! Leute, herzlich willkommen zum neuen Video bei What's It TV. Wie ihr seht, bin ich gerade wieder hier ab Burggraben unterwegs zu Kammberg TV. Leute, war da was? Ich glaube, da war was. Mein Gott! Ich muss schnell zu Kammberg! Schnell! Wer hat hier an der Tür geklopft? Da hat doch irgendjemand an der Tür geklopft gerat. Was habe ich denn hier? Wartet mal, warum bin ich rot hier? Irgendjemand hat das weggewischt. Oh, dann will ich mir das nur ein. Okay, lasst uns mal an die Tür schauen. Oh Mann, ich wollte doch einfach nur einen Nachmittagsschlaf machen. Das gibt's doch nicht. Wer könnte das schon wieder an der Tür sein? Lasst es mich jetzt mal in den Kommentaren wissen, wer da an der Tür sein könnte. Ganz, ganz, ganz komisch. Ich hatte auch einen richtig komischen Traum von so einer komischen mystischen Figur. Aber okay, lasst uns mal nachschauen. Kammberg, was willst du um drei Uhr nachts, What's It, hier? Kammberg, ich werde verfolgt. Von wem wirst du bitte verfolgt? Von irgendeiner unbekannten Person, keine Ahnung. Was für eine unbekannte Person? Ich weiß es nicht. Komm doch erstmal runter, What's It. Was für eine unbekannte Person? Ja, irgendwann mit einem weißen Gesicht. Weißen Gesicht? Ja, ganz weiß. Weißen Gesicht? Ja, irgendwann mit einer mystischen Person. Aber mit einem weißen Gesicht, warte mal. Meinst du etwa Ayuwoki? Nein, ich kenne doch Ayuwoki. Meinst du etwa Michael Myers? Nein, ich weiß auch, wie Michael Myers aussieht. Okay. Sonst fällt mir keine Einwort, What's It. Komisch. Vielleicht hast du dich auch nur geirrt. Vielleicht hat dir auch eine Person nur eine Maske aufgehabt. Ja? Doch, doch, doch. Ich weiß, ich weiß wer. Wer? Dieser, dieser, dieser Ghostface von Scream. Wie bitte? Das muss es gewesen sein. Wie bitte? Oh mein Gott, Ghostface. Wie bitte? Und der ist hinter mir her. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, What's It TV? Wenn ihr dich schon verfolgt. Ich schaue mal gerade in deine Kommentare runter. Da schreiben gerade Leute, dass sie auch bei mir war, Freunde. Zum Glück habe ich ja meine Überwachungskameras hier. Oh mein Gott, lass mal kurz auf mein Handy schauen. Oh mein Gott, What's It TV. Siehst du das? Lass uns mal abspielen. Da war ja wirklich jemand hier gewesen, What's It TV. Schau mal. Oh mein Gott, es sieht wirklich nach Ghostface aus. Oh mein Gott, er war bei mir in der Wohnung. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020